Hey Leute, der L hier zurück mit einem neuen Part von L.A.N.O.R. und wir fahren jetzt mal zum Mensch-Spa. Komischer Name eigentlich. Klappe. Mal sehen, ob es uns da ein bisschen weiterhilft. Oh, sind schon fast da. Gut. Das geht fix. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich bin Walter Mensch. Evelyn Summers, was ist es? Du kennst Evelyn? Ja, ich wollte sie wissen. Sie hat eine Pfeil in den Hügel, immer wiederkommen. Sie hat eine Kacke, die trinken, nicht mehr Geld. Sie hat nur ein paar Niemals. Sie hat sich immer gesagt, wo sie stand? Ich weiß nicht. Sie hat gerade ein kleines Problem mit dem Bild, glaube ich. Ah, es nervt gerade. Ich weiß nicht, was das soll. Ah. Glaubert ihr für eine Grütze? Erstmal Beziehung zum Opfer. Und dafür leistet ihr Bücher? Ist das eine Lüge? Und dafür leistet ihr Bücher? Du leistest, McCaffrey. Du schaust deinen Nacken an, Evelyn. Aber du kennst sie. Und du hast eine Idee, was passiert. Ich hoffe, dass du Aces behältst. Und dir wieder erzählst, dass ich die Frau gar nicht wusste. Das Metaphysik-Buch. Das Metaphysik-Buch. Das Metaphysik-Buch. Ich sah sie zu einem Hotel mit Tiernan, letzte Nacht. Sie hatten Böse und ein Papier. Er ist dein Mann. Hast du ein Kriminelles Rekord, Herr McCaffrey? Nichts ernsthaft. Ich hatte ein paar Schirme. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde es anzweifeln. Jo. Willst du mir ein bisschen Zeit schlagen? Oder willst du mir deine Fahre aufschauen? Industrie-Dispute. Streichs. Arbeitersrechte. Das ist das. Ein normaler 5. Kolumbist. Schön, dich zu treffen, Comrade. Danke für die Information, Herr McCaffrey. Danke für die Information, Herr McCaffrey. Gut, dann werden wir uns aufmachen zum nächsten Ort. Haben wir irgendwo ein Telefon. Ah, das nervt mich gerade mit dem Bild. Mir geht dauernd das Bild flöten. Ich hoffe ernsthaft, dass es nie genau auf Nürme zu sehen ist. Ich kriege nämlich gerade zu viel. So. Steigen wir mal ein. Car 11K. Car 11 King. KGPL. 11 King. A Message von Captain Donnelly. Er zurück zum Central Goat 2. 11 King. In der Route. Wir müssen nicht den Mann warten, Phelps. Polingbahn? Ich mag ja unseren Chef eh nicht. Also er ist zur Polingbahn. Na komm. Da ist es auch schon. Da ist es auch schon. Ami Spott schlechthin. Hallo, Rusty. Zwei auf der normalen Straße. Ich bin Detektiv Feltz. Homicide. Du musst dich kennenlernen. Wie ist dein Schuss? Wir machen eine Investition, Frau. Du kennst den Namen Evelyn Summers? Das klingt wie ich sollte. Oh, vielleicht könnte es Jimmy sein. Jimmy? James Tiernan. Er ist ein Pinsetter. Einer Tag hat er mich zu einer Frau, nach der Arbeit. Er ist in meinem Kopf. Weil er viel älter war. Zu viel älter für ihn. Wo können wir dich finden, Lawrence? Er wird über die Läne, nach der Rückseite. Danke, Frau. Lass uns ihn holen. Da rennt er doch schon, der Spasti. Tiernan! LAPD! Yeah, Verwirrungssierk. Oh yeah! Leider ohne Sirene. We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside of bowling alley. The lanes attract a fast living individual with money to burn. Or a middle aged individual with the need to feel virile. Keep it steady and I'll try to bust his tires! Das ist nicht der Killer, wir können ihn für Reckless endangerment bekommen. So, du bist fetzt genommen, Keule. Oh, durchs Dach gestreckt, dem haben wir Angst gemacht. Jetzt lohnt es sich auch ins Revier zu fahren, wir haben ja noch jemanden zum Verhören. Nehmen wir wieder unseren, auf die Sirene möchte ich doch nicht verzichten. Und dann mal alter Gehü. Das ist nicht der Killer. Das ist nicht der Killer. So, jetzt sind wir schon angekommen. Mal sehen, was der doofe Chef von uns will. Okay. Wo ging es jetzt nochmal runter? Da. Mal sehen, ob es wieder irgendwie so eine kryptische Nachricht gibt oder sowas. Ah, die Tür ist offen, gehen wir doch rein. Mal sehen, was das? Was ist das, Captain? Ray und Mal haben einige Fragen über die Henr und Moller, das ich nicht aus dieser Raum möchte. Der Evidence ist solid, Captain. Ich gelbe, Rusty. Es ist nur, dass die Schmerzen immer wieder auf. Copykast. Ich habe den gleichen Schmerzen. Aber die Notes und die Lippstik-Messages. Evelyn Summers. Kartell Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Theresa Tarrelson nicht hat eine Lippstik-Message. Technically, you're right, Rusty. Sie hat keine Lippstik. Aber sie hat eine Lippstik-Message. Wir haben es unter der Dress, mit einem starken Stich. Was hat es gesagt? You sure you want to know, Ray? As far as we can be sure, it said, Cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access tos. You're married, yours is mortgage. Some of us like to pay by installments. This guy, doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Cause I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case. But it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. What the hell is going on? What are you going on? I have to apply now on the Summers, who are already there? You can't get to it. Die Täter waren. Ich telefoniere mal. Was steht denn da Ding? Ähm. Hm. Hallo? Ich finde gerade das Telefon. Nehmen wir doch das da. Operator, Message für KGPL. Jetzt kommt's. Cole Phelps, Badge 1247. Der brüllt das da mal rein. Wie kann ich mir helfen, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6. 126 Yale Street. Between Ord and Alpine. Danke für deine Hilfe. Gut, wir haben also das Apartment ausfindig gemacht. Müssen wir halt bloß noch hinfahren. Was wir selbstredend gleich tun. Sirene an und los geht die Tour. Sirene an und die Tour. Das ist unfair. Ist das aber perfect? Okay. Sind wir gleich da. Stabiler Zaun. Ja, untersuchen wir mal das Apartment von dem noch. Gucken wir wieder auf dem Briefkasten, welches er hat. Apartment Nummer 6. Mal sehen, ob unser Kollege wieder seinen passenden Schlüssel dabei hat. Hallo? Ach, das ist 8. Sorry, Leute. Nehmen wir doch lieber das. Ja, der passende Schlüssel war dabei. Okay, nix besonderes. Da ist der untere Teil vom Zettel. Alter, du sitzt in der Scheiße. Da ist jemand wirklich besorgt um die Frau gewesen. Ja, das war's. Das war's für heute. Und das am Boden sollte auch ein Beweis darstellen. Das geht dich gar nichts an. Kranke Humor, Digga. Aber das werden wir im nächsten Part rausfinden. Da oben auf dem Dach, den Taubenschlag. Wir werden uns den Typen krallen. Aber wie gesagt, im nächsten Part erst. Ich bin der L, ich bin raus für heute. Macht's gut, Leute. Ciao.